Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So und ich habe es wieder hinbekommen. So ich hatte nämlich ja die Anmerkung bekommen, das kannst du nicht machen, kannst du nicht bringen, einfach nur dbd sagen und nicht die Betonung einfach weglassen. Deswegen habe ich meine Stimme noch mal geölt. Ich bin ja momentan erkältet und es tut mir leid, dass ich es in der letzten Folge halt einfach nur dbd gesagt habe. Ja nach 347 Folgen konnte ich einfach nicht mehr. Da hat die Stimme einmal gesagt, nee geht nicht. So jetzt hat es aber wieder Power für noch mal 300 Folgen. So erstmal Hallo sagen hier und das passt ja, ich habe ja noch die Aufgabe am Generator mit jemand anderem kooperativ arbeiten und das müsste dann gleich dann auch schon eigentlich erledigt sein. So außer der Erkältung, die ich ja momentan habe, kommt noch erschwerend hinzu. Ich habe jetzt aber noch beim Gamen Schmerzen. Keine emotionalen Schmerzen, die habe ich sowieso immer. Aber ja, ich hatte als Gamer gedacht, ich habe bessere Reflexe als eine Katze. Zumindest habe ich das gedacht, als ich meine Katze geärgert habe. Die Eevee. Okay, ich denke mal da die andere. Das fand ich auch geil. Also ich kam in die Lobby. Da waren zwei auch Jane Romero. So. Und da hat die vierte sich einfach auch Jane Romero gegeben. Deswegen sind wir jetzt hier eine Jane Romero Army quasi. Und sie da vorne hat auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen Probleme. Also, okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe noch einmal schnell wegen der Aufgaben. Mal gucken hier. Hallo? Obwohl, ich weiß gar nicht. Nee, hier hatte ich bisher nicht, ne? Das ist aber jetzt auch schwer auseinander zu halten. Also, falls ich hier jemanden jetzt vergesse, sozial Hallo zu sagen, entschuldige ich mich einfach mal. Schon mal im Voraus. So. Ja, die Katze war am Kratzbaum und lag da auf ihrem Plateau da. Und da habe ich dann immer ihren Kopf gegrabt und immer ganz schnell weggezogen. Da hatte sie sich da irgend so. Ich versuche einfach mal hier. Obwohl hier ist. Obwohl ich könnte vielleicht blocken, 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 blocken. Obwohl, das lohnt gar nicht. Okay, ich heile mich jetzt erstmal selber. Ich hoffe, dass die jetzt auf jeden Fall ein bisschen vom Haken weggeht. Jetzt geht sie wieder zurück. Ja, auf jeden Fall habe ich den Kopf von Evie dann immer gegrabt und dann hat sie sich da in Position quasi, ja nur mit den Vorderpfoten quasi auf dem Plateau drauf, Bauch hing an der Ecke. Und da dachte ich mir, jawohl, kann ich von unten den Bauch grabben, weil oben rum den Kopf grabben hat ja geklappt. Immer Kopf gegrabt und dann ganz schnell weggezogen. Und nur dann habe ich von unten versucht, den Bauch zu grabben und das hat nicht mehr gepasst. So, ich versuche jetzt einfach mal. Sie verlässt auf jeden Fall nicht so wirklich den Haken, ne? Und, äh, ja, jetzt habe ich eine ganz schlimme Fleischwunde natürlich. Zumindest, äh, von meinem Schmerzfaktor her. Sag ich einfach mal, das müsste jetzt eigentlich quasi, als wenn man die Hand amputiert ist, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ne, sowas Schlimmes kann ich nicht einblenden. Tue ich nicht. Die meisten würden eh nur sagen, es ist ein Kratzer. Die macht jetzt Totem, ne? Ach, das hat die nicht gecheckt. Oh, das war sogar noch ein Fluch, Totem. So, wir brauchen, wir haben bisher nur zwei Generatoren, ne? Ich mache am besten mal hier, oh, die, die Kiste. Ich haue jetzt einfach mal hier den, äh, Werkzeugkoffer raus. Wie gesagt, ich finde es immer noch, äh, total, äh, total traurig, wie, wie useless diese Werkzeugkisten jetzt sind, ne? Ach, ich kann mich daran noch nicht gewöhnen. Also, theoretisch, ja, ja, klar, immer, wenn ich, immer, wenn man vom Generator weg will, ne? So, die Romero Army ist wieder am Start hier. Ah, Taschenlampe. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht so der Taschenlampen-Pro. Vielleicht kann ich ja ein bisschen unterstützen. Ja, ja. Ja, komm, komm, komm. Ah, sie holt sich noch die Beile. Okay. Jetzt hat sie gerade die Besessenheit gejagt. Ja, kurz. Ach, jetzt? Die jagt so wieder die Verletzte. Das ist ja die vom Haken, ne? Das ist doch dann quasi schon... Na, oh. Taschenlampe, vielleicht kriegt das ja hin. Guck, guck, Taschenlampe. Oh, das schaffe ich nicht. Ah, nein, die bringt sie in den Keller. Shit. Okay, sie hat sich noch die Beile geholt. Also, irgendwie hat... Hat die mich jetzt gesehen? Die hat's aber jetzt auf... Die eine abgesehen gehabt, ne? Okay, das ging jetzt... Die letzten drei ging jetzt aber doch noch relativ schnell. Aber ich guck mal, was ich vielleicht tun kann. Jetzt habe ich natürlich gerade jetzt... In dem Moment habe ich keine geliehene Zeit bei. Ist ja immer so, ne? Oh, ich hoffe, sie hat mich nicht gesehen, ey. So. Zur Not... Versuche ich jetzt dann halt, einen Schlag abzufangen oder einen Beil oder sowas ähnliches. Auf wen ging denn jetzt das Beil? Hä? Komm, 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 komm. Ich weiß, warum. Nein, sie hat... Ach Gott. Was? Das ist aber wirklich schon ein Tunnel, ne? Also, komm, komm. Nein! Ich... Ich kriege es auch nicht hin. Scheiße! Das richtet mich jetzt gerade richtig auf, ey. Ey, das richtet mich wirklich auf. Okay, da hinten ist auf jeden Fall jetzt der Ausgang auf. Und sie hat auf jeden Fall auch keinen Nerd dabei. Aber sie hat ja jetzt schon rumgeschlagen. Sonst würde man ja rechts da so ein Totenkopf-Symbol sehen. Und die Info bekommen. Mann. Obwohl, jetzt habe ich natürlich... Warum das mit der Taschenlampe nicht geklappt hat, war natürlich wegen der Fleischwunde von der Katze. Das ist einfach die einfachste Erklärung. Okay, gegen die Jägerin muss man auch ein bisschen aufpassen. Auch wenn sie jetzt kein Nerd hat. Aber irgendwie aus der Entfernung Beil kassieren. Und man muss dann noch zum Ausgang. Wäre natürlich kontraproduktiv, ne? Aber das war jetzt schon weggetunnelt auf jeden Fall von ihr. Ja, ja. Sie wirft, glaube ich, zum anderen Ausgang, ne? Ach, schade, 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 dass wir hier die eine Jane jetzt nicht retten konnten. Und... Ja gut, mit der Taschenlampe, wie gesagt. Das ist bei mir manchmal einfach nur Glückssache, dass ich das hinbekomme. Also so... Ich war auch ein bisschen spät dran. Ärgert mich jetzt aber. Und sie hat bestimmt an der Treppe hat sie das Bein abbekommen. Aber ich glaube, sie hat hart im Nehmen benutzt, oder? Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und... Ja, 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 hart im Nehmen. Ne, doch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Ciao! Ciao!